Паа. 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 Hallo meine lieben und willkommen zu Five Nights at Freddy's. In der fünften Nacht befinden wir uns, präsentiert von Celine aka Queen Nerdy달�a. Äh, ja, ich hatte gerade Probleme mit dem Game-In-Game-Sound. Das muss wohl daran gelegen haben, dass ich quasi, während ich schon die Aufnahme laufen hatte, dann erst die Kopfhörer eingesteckt habe. Warum das dann den In-Game-Sound nicht mehr aufnimmt, weil es kein Schwein ist. Aber es ist leider nun mal passiert und ich hoffe, dass die Folge gestern für euch trotzdem erträglich war. So, jetzt werden wir uns in die wundervolle Nacht 5 begeben, die auch schon großen Spaß gemacht hat in der letzten Folge. Ja, let's start. 12 Uhr, Mitternacht. Ach, ich liebe es jetzt schon. Ja, ja. Okay, also in der fünften Nacht geht die Luzi ab, ja. Da sind alle Viecher direkt weg, da ist hier der Dingens auf und hast du nicht gesehen. Ich habe das aber immer noch nicht mit den Köpfen verstanden, was er uns beim letzten Telefonat gesagt hat. Ähm. Hier, wo ist denn das Kopf-Ding? Hier. Also, da wird ja wohl nicht irgendwelche... Ah, die Ente. Es ist immer die Ente. Mann. Ich mache ein Entenbraten dedicated to Johnny. Wo ist sie denn? Oh nein. Wieso sehe ich die denn nicht mehr? Oh, es ist... Ach, ja, der Hase auch. Ja, natürlich. Da ist sie. Let's eat. Guck, da geht sie eigentlich. Da sieht sie eigentlich ganz sweet aus. Oh, she's not, but, you know. Ach, ja, wundervoll. Er guckt uns an, dieses dumme Schweinchen. Also, Fuchs, Hase und Ente. Nee. Das sind die Bremer Stadtmusikanten des Grauens. Ah. Wo ist denn die Ente? Äh, wo ist der Hase? Steht der da? Der Hase steht da. Oh, die Ente stand da auch noch. Okay. Sie war noch weit weg, aber wir haben ja... Ah, nein, 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 nein. Ah. Mann, ey. Mann, ey. Ach, die Ente steht da noch. Bist du immer noch da? Nein. Danke. Oh, Weier. Ah, der steht da wieder. Okay. Oh. Es ist also keine Garantie mehr, wenn ich in der Kamera, wenn ich die an einer Position sehe, dass die dann da auch lange verharren. Das ist ja ein Albtraum. Also, eigentlich muss ich hier wirklich nur mit den Doorlights arbeiten. Und ab und zu mal auf den Pirate Cove... Ach, du Scheiße. Sie ist direkt neben... Oh, ja. Ja, bitte wieder links und rechts. Das ist der größte Spaß. Ach, das Vieh ist auch draußen. Oh, Mann. Okay, Leute. 100% Batterie... Ja. Nein. Tschüss. Du auch hier? Nein. Ja. Oh Gott. Geht der rückwärts? Nein. Ja, doch. Wo ist er? Wo ist er? Was ist das denn da? Seht ihr das? Ist der Freddy draußen? Ach, du Scheiße. Ente bist du... Oh, das ist aber... Also, der Freddy ist ja Hammercreepy. Okay. 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 I don't like Freddy. I don't... Oh, die Augen da hinten. Nee, ne? Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach ja. Hallo, Ducky. I've missed you. Not at all. Oh, oh. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Geh weg! Geht doch alle weg! Zwei Uhr siebenfünfzig Prozent! Was? Wo? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein! Das ist richtig große Rotze. Oh, oh. Oh, oh. Der steht da immer noch. Als hätte ich, äh, unendlich Batterie zur Verfügung, du... Hase. Oh, mein Gott, bitte. Ach ja, Ente. Ente, Hase, alle. Besucht mich doch mal alle im Büro. Kann der Hase da mal... Ja! Oh, mein Gott. Guckt euch meine Batterieverbrauch an. Okay, der Hase ist weg. Das dumme Schwein. Geh. Es tut mir leid, dass ich hier die, äh, die süßen... Süßen kleinen Tiere, vor allem diese süße kleine Ente. So, wieder auf die andere Seite. Oh, scheiße. Ja, komm, lauf. Klopf. Bum, bum, bum. Und geh wieder. Geh einfach wieder. Doofes Kackvieh. Och, nee. Also, jetzt... Oh, Mann. Jetzt ist aber Schluss. Echt mal. Ihr tickt doch nicht mehr ganz koscher in der Birne. Und Freddy ist auch unterwegs. Du hast es nicht, was der macht. Nein, ich möchte nicht in die Kamera. Okay, Leute. Wie soll das mit der Batterie funktionieren? Ich hab noch 32 Prozent. Es ist freaking 3 Uhr in der Nacht. Und... Die haben Hummeln im Hintern. Ich bin echt angespannt. Nee. Ducky. Johnny. Jetzt ist gut. Jetzt ist echt Schluss. Ja. Okay. Ihr könnt mich mal sowas von kreuzweise am Fuß lecken. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ich werde dieses Spiel nicht zu Ende führen können. Weil... Wie? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ohne, dass ich dabei mein Leben verliere. Mein Real-Life-Leben. Es gibt's doch nicht, ey. Machen die da so einen Terror an meiner Bürotür? Ich möchte gerne... I've been looking for freedom hier nebenbei hören. Von David Hasselhoff. I've been looking for freedom. I've been looking so long... Oh, guck mal, wo sie schon ist! Go away! I don't like you. I don't think I like you, when you give me pizza in the day. Es ist keiner mehr da. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt doch wirklich einen Dachschein. Ah, ja. Hallo. Hallo! Okay, das ist, äh... Das beunruhigt mich etwas hier, dieses Gerappel und Gezappel. Celebrate. No. No. What should I celebrate? Heart attack? Heart attack celebration? I don't think so. Oh, fuck. Ich hab... Ich hab... Gehört. Das heißt, Freddy ist nah, oder was? Okay, Leute, so wird das nicht mit der Batterie. Wir haben noch nicht mal ein Uhr. Okay. Wo ist Freddy? Ich kann nicht so lange in der Kamera bleiben, sonst... Ja, weil sonst nämlich Johnny vorbeikommt... ...und mir gerne Hallo sagt. Oh, ja. Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir ihn denn? Terrorbunny. Johnny und Terrorbunny. Und wo ist Freddy? Ja, hallo. Es nervt mich etwas. Johnny ist weg. Wo ist Johnny denn? Was? Was war das denn? Bling, bling. Was war das denn? Hat ihr das gehört? Jetzt geht der wieder nicht da weg, Terrorbunny. Oh, oh, oh. Ah, ah, no. Nein. Oh, Mann, geh doch mal weg. Wieso bleibt der denn noch so lange? Ich glaub, der liebt mich wirklich. Nee, das ist... Das ist nicht gut, ey. Das ist echt nicht gut. Wo ist denn der... Oh, Johnny. Oh, ja, bitte. Oh, ja. Und der Fuchs. What does the Fox say? Wo war sie? Okay, ich achte jetzt hier auf die Lights und... Ah! Mann! Johnny, du hast noch... Oh! Fuck! Nicht... Oh, oh, oh. Was denn? Nee! Mann! Ey! Ohne Witz, ne? Ohne Witz! Ja, komm. Terrorbunny ist auch in der Nähe. Das ist doch wirklich... Das ist doch einfach nur Scheiße. Jetzt ist doch einfach nur noch Kacke. 55 Prozent, wir haben noch nicht mal drei Uhr. Oh, das ist zu viel für meinen Nerven. Was? Was hab ich denn da jetzt gehört? Ohne Witz! Oh, fuck! Du bist alles so, Freddy! Ihr seid alles bekloppte Säue, Mann! Oh, nee! Aber... Oh! Ich hab doch das Licht da angemacht. Sieht man Freddy nicht auf dem... auf dem Ding in Bummen? Also, ist Freddy dann genau... Och, nee! Ist Freddy dann genauso ein Freak wie die anderen, oder was? Also, wie dieser Fuchs, dass man den nicht sieht? Ohne Scheiß, was krieg ich die Stunde als Nachtwächter? In so einer Horror-Kascherme. Das muss ja wohl mindestens... Mindestens 4.000 Dollar die halbe Stunde. Also 8.000 Dollar... Ja, der Vogel ist schon wieder unterwegs. Steht der auch direkt wieder hier? Nö! Oh, Mann! 8.000 Dollar die Stunde! Unter 8.000 Dollar würde ich hier in meinen Fußwort mich reinsetzen. Nee! Nein, 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 nein! Ja, genau. Hauptsache, ihr rennt jetzt alle. Och! Ey! Oh, das war jetzt zu lang. Oh, jetzt guckt Freddy mich an. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nein! Das ist doch... Das ist doch scheiße. Jetzt hat er sich wieder gedreht. Ich darf nicht so lange hier rummachen. Oh, das ist doch... Das ist doch... Nein! Nein! Oh, Freddy ist weg. Weißt du was? Wisst ihr... Wisst ihr einfach was? Kreuzweise. Dam-di-dam-dam-dam. Ja, ja, er ist neben mir. Johnny! Nein! Ich kann dir gar nicht sagen, wie scheiße ich diesen Vogel finde. Wie... Da, hier! Da! Freddy! Freddy's creepy-ass Augen! So, Johnny ist wieder weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, der ist es noch zu. Och, nee. Jetzt steht hier Terror-Bunny wieder neben uns. Da, Freddy ist immer noch da. Ich möchte das nicht. Nein. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Und jetzt bleibt der hier wieder 84 Minuten stehen. Und jetzt mal im Ernst hier mit Freddy, ne? Kann der von beiden Seiten kommen? Wer von denen lacht so scheiße? Wer? Dann schneide ich die Zunge raus. Och, nee. Johnny steht wieder hier. Ach, Johnny! Kennt ihr überhaupt hier ist Johnny? Ja! Kennt ihr überhaupt hier ist Johnny? Von The Shining. Sehr guter Film, sehr alter Horror- Nein! Oh, Mann! Ja, hier, Johnny! Geh! Geh mit Bunny spielen! Geht woanders hin! Hat hier jemand geklopft? Das ist aus The Shining, wo, ähm... Ah, der ist da hinten. Aber wo ist, äh, Freddy? Ich glaub, von Freddy sieht man nur... Oh, ich darf nicht so lange in der Kamera bleiben. Die creepy, äh, Augen. Ja, oder auch gar nix. Damit man so überhaupt nicht weiß, wo der ist. Oh, irgendwas ist in der Küche. Ist es die Ente? Ist es Johnny? Johnny? Ich kann nicht so lange die Tür zulassen. Ach, du Scheiße, ey. Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Leute. Ich möchte nicht, dass mir wieder dieser Bär ins Gesicht lacht. Nightmare Freddy. Aber wie sieht man denn den Freddy? Oh, Mann, ey, ich kann das nicht mehr. 42 Prozent, 3 Uhr. Das ist nicht gut. Huhu. Oh. Oh, Freddy ist close. Ich glaub, ich muss die Tür zumachen, ne? Ich weiß nicht, wie das mit dem Freddy ist, Mann. Oh, nee, geh doch weg. Nee, der ist da noch. Nein! Oh, Mann! Oh. Ey, Freddy. Ohne Scheiß, ne? 32 Prozent. Das kannst du doch knicken, ey. Das kannst du doch vollkommen knicken. Das ist wenigstens hier der Kackhase wieder weg. Pfff. Hahaha. Ich möchte wirklich schreien. 28 Prozent. Wahnsinn. Also, wenn ihr mal eine Arterienreinigung braucht. Oh, Freddy. Nein, nein. Ah, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Nee. Okay, das nervt mich jetzt, ja? Das ist echt... Also, wenn Freddy da vorne steht, musst du die ganze Zeit die Tür zulassen. Heißt das das? Weil der quasi den Schritt überspringt, dass du ihn vor der Tür sehen kannst mit dem Licht. Das ist ja wohl die absolut abgekackteste Mist-Sau-Brühe überhaupt. Ich meine, wie soll das denn gehen? Denn dann geht ja... Der stand da ja jetzt vier Minuten. Dann habe ich ja überhaupt... Ja. Ratet mal, wer wieder unterwegs ist. Also, das finde ich jetzt echt ein bisschen... Ja, der Fond ist auch schon auf, natürlich. Weißt du was? I quit. Komm, schmeiß die Sachen hin. Geh hier einfach raus. Hauptsache, ihr seid jetzt super schnell. Ich muss jetzt echt länger warten. Ja, aber das ist... Also, das mit Freddy finde ich richtig kacke, Mann. Ach ja. Ja. Ja, Johnny. Komm, Johnny. Jetzt sind es wieder alle weg. Weißt du was? Weißt du was? Nee. That's a no. Oh, wo ist er? Ist er Rückwärtsgeger? Oder ist er hier? Nee. Okay. Pass auf. Bunny. Horror Bunny. Und da stand Horror Bunny. Und Vogel. Sind relativ... Creepy. Relativ schnell unterwegs. Ach. Näh. Aber... Einigermaßen berechenbar. Weil du die hier noch sehen kannst. Der Fuchs, wenn du schnell siehst, dass der losgelaufen ist. Dann kannst du auch noch was machen. Ist er schon weg? Krass. Okay. Ach, da ist er wieder. Ähm. Weil du dann... Ach, wo ist denn Freddy? Ich will seine Augen sehen. Da ist er. Da! Guck ihn dir an! Dieses dumme Schwein! Mann! Aber Freddy und der Fuchs. Also den Fuchs, der ist auch noch berechenbarer als Freddy. Freddy ist einfach nur eine blöde Kacksau. Man kann es nicht anders sagen. Sorry. Weil... Der steht dann 40 Minuten vor der Kamera. Kommt sofort bei dir rein. Kommt aus dem toten Winkel wieder raus. Ohne das Linzies. Bitches. Wo ist denn der Freddy? Die Idee muss ich im Auge behalten. Och nee. Jetzt ist Johnny schon wieder hier. Wo war der in der Freddy gerade? Was? Was? Nee. Der, der war da gerade im Restroom. Der ist da aber nicht mehr. Ach du Scheiße. Nee. Echt nicht. Ja, jetzt mache ich hier so eine Panik-Nummer. Das kannst du doch knicken mit der Batterie. Ach du Scheiße. Och. Nee. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Da ist er. Da ist er. Die Tür bleibt jetzt zu. Und die Tür... Die Tür lasse ich auf. Ja. Die Tür muss ich jetzt die ganze Zeit zulassen. Ich meine. Was ist denn das? Das ist ein Scheißdreck, ey. Oh Mann. Jetzt stehen sie beide da. Wo ist denn der Freddy jetzt hin? Hä? Habe ich ihn jetzt überlistet oder? Was ist los? Ja. Hier ist Johnny. Das ist wohl Jack Nicholson. Sein Kopf durch die Kappen. Ja. Bitte geh doch auch ein bisschen raus. Oh Mann. Okay. Das wird niemals... Nee. Jetzt ist sie schon wieder da. Ey. Jetzt... Jetzt... Hab ich aber die Schnauze langsam echt gestrichen voll, ey. Wie soll das denn gehen? Mit der... Mit der... Mit der Power hier. Wir haben drei Uhr. Ich hab nur noch 36 Prozent, Mann. Oh ja. Ja. Johnny ist hier. Und da ist Bunny. Der Terror Bunny. Wir haben drei Uhr und es wird... Nee. Geh weg. Oder ist er immer noch hier am Start? Ja. Okay, Leute. Das... Das funktioniert nicht. Das... Das geht echt nicht. Vielleicht muss ich in der Kamera bleiben. Oh. Oh, scheiße. Ja. Und lass ihn laufen. Okay. Tür auf. Okay. Okay. Der ist noch da. Ist immer noch da. Ist immer noch da. Ist immer noch da. Ich komm mir hier ein bisschen dämmlich vor, muss ich sagen. Ist immer noch da. Immer noch da. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich natürlich nicht... Weil, weil wenn der... Wenn der... Wenn hier Mr. Arschgeige da steht, weiß ich natürlich nicht, ob... Ich meinte natürlich, wenn er hier steht, da ist er wieder. Okay. Also die... Zu zweit können die nicht vor der Kamera stehen. Okay. Leute. 9%. The fuck. Over, ja. Okay. Ich bin erledigt. Dann war's das aber auch erstmal mit der Aufnahmesession für heute, weil... Kein Bock mehr und so. Nein! Och Mann! 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 Ah! Okay. Ich find's richtig hammerkacke. Ich... Wahrscheinlich gibt es da eine schlaue Herangehensweise. Aber ich hab sie nicht gefunden. Also man kann natürlich verzichten, irgendwie so ein bisschen immer in die Kameras zu gucken. Aber man muss den Pirate Grove, muss man im Auge behalten, weil man hört einfach nicht, wenn dieses Vieh kommt. Außer wenn es schon fast zu spät ist. Wenn du diese Tapsa hörst, so schnell kriegst du die Tür nicht mehr zu. Und Freddy musste auch unter Kontrolle haben, weil der sich auch anschleiht. Also jetzt find ich's grad echt ein bisschen nervig. Aber ich danke euch nichtsdestotrotz ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr auch bei meinem nächsten Versuch wieder einschaltet. Bis dann! Aloha! 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 Aloha!